Wow, wir waren ja heute echt erfolgreich bei einem süßes oder saures rumgehen, ne? Ja, da hast du recht, Kumpel. Aber wir waren nicht bei einem Haus, bei diesem Gruselhaus da hinten. Kommt, hier war ich eier. Wir gehen jetzt auch mal zu diesem Gruselhaus. Vielleicht können wir ja da richtig an Süßigkeiten absahen. Da war bestimmt keiner vor uns. Oh, da klingelt ja jemand an meiner Tür. Mal sehen, ob der Trick diesmal funktioniert. Süßes oder saures? Saures! Saures! Wo sind wir hier? Das ist ja eine echt gruselige Burg. Uuuhu, besteht meine Monsterprüfung und ich werde euch gehen lassen. Monster! Ihr habt bestanden, ihr habt die Essenz des Grusels zurückgeholt. Nun kann ich endlich wieder ein Mensch sein und auch die Monster. Als Belohnung bekommt ihr nun Süßigkeiten. Aber wie sollen wir das denn nach Hause bringen? Dafür habe ich auch schon eine Lösung. Franklin! Meister, was soll ich tun? Hol bitte den Wagen und bring den Jungs die Süßigkeiten nach Hause. Gerne, Meister. Ho Frau, ha 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 ha! Ho-o-o-o.